Wir sind wirklich Menschen, aus jedem Menschen, durch jeder Mensch, aus dem jungen Menschen, der junge Mensch, und genau das brauchen wir natürlich, einen exzellenten Menschen. Dass solche, solche Menschen in Plakten Menschen entsetzlich. Fassungslosigkeit, ja, also so viel, so viel Belastungen der Menschen. So, und jetzt schauen wir uns an, einen österreichisch lebenden Menschen, das heißt, weil es dort Menschen gibt. Das heißt, ein Mensch, weil er gar nicht die Möglichkeit hat zu überleben, ich kann das schon verstehen. Viele haben ein Problem mit über 10.000 Menschen, und genau das ist das Problem. 10.000 Menschen, jedes Jahr. Aber ohne breiten Lächeln und ohne riesige Euphorie, 20 Prozent weniger, 20 Prozent da und da weniger. Oder glauben Sie, wenn alles weniger wird, sterben dann die Leute, was soll, bleibt doch keine Möglichkeit mehr. Blitzschlag, ungestraft im Parlament, glaube ich, viermal bereits. Wenn Menschen, die Menschen, die Menschen in ihrem Behandlungsprozess, ich wiederhole das, wenn die Menschen in ihrem Behandlungsprozess für alle Menschen, schafft damit Sicherheit für die Menschen in Österreich, und sie verhindern damit Versorgung für die Menschen in Österreich. Viele, viele Menschen, tagtäglich, Menschen, 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 aber gleichzeitig Menschen, das sind jetzt alles, das sind jetzt alles nicht irgendwelche Dinge. Burgenland, Menschen, Tirol, Menschen, Steiermark, Menschen, Kärnten, Menschen, auch in der Zukunft, Menschen. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020